... Mit zwei Ryan Gäser, mit dem Roboter mit den Börschwitz und auch mit einem Schlagern und zum Schluss noch ein bisschen was richtiges Eintracht ist. Und vielleicht trauen wir gerne mit uns zu spüren, dann auch mit unserer Natur in der Zeit zu. Wir wünschen viel Vergnügen, wir wünschen Kompliments und wir natürlich auch auf jeden Fall frohe Eintracht. Musik 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 To come home, to let the Lord come home.